Musik Setze ich mich für eine gerechte und nachhaltige Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik in Europa, aber auch weltweit ein, aus vollem Herzen, aus Überzeugung. Um die Striebe an ein ehrliches Klimat- und Milieubeleid, das gebasiert ist auf einem dürzelleren Gebrauch von unseren Grundstoffen. Um unsere Food Systeme mehr resilient, mehr sustainable, mehr effizient und mehr inklusiv zu machen. Als Mitglied der Allianz gegen Hladen und Verbrechen im Europäischen Parlamenten, ich meine Politik für die Öffentlichkeit und die Biodiversität zu schützen. Ich engagiere mich in allen Texten, in denen ich bin, die Unternehmen vorbeige, die auch in der Landwirtschaft sind, die Menschen zu leben können, ohne die Schöne, von den Fähigkeiten und von den Bedingungen genetisch verändern. Das ist sehr wichtig, zu garantieren und zu beantwortet gegen die Fein in dem Welt. Untertitelung. BR 2018